Ubisoft. Oh, schon geht's los. Herzlich willkommen bei einem neuen Spielchen. Ups. Ähm. Und zwar nennt sich dieses Spiel X... Äh, 3? X3 oder 8? Oder Xiii. Willkommen bei Xiii. Ein alter Ego-Shooter von ich weiß nicht wann. Ich hab ihn auf dem Flohmarkt gefunden. Es ist so lange her. Oh ja, es ist sehr lange her. Darum spielen wir jetzt auch. Uah, uah. Bang. Sie können hier nicht bleiben. Los, weiter. Ich werde das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand. Nummer 13 wird nicht mehr länger ein Problem sein. Also heißt das Spiel 13. Nur so am Rande. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Frank, ich bin's, Janet. Ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch ein bisschen Sektor? Okay, ich fiere zur Zentrale zurück. Scheint ein bisschen getötet zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment. Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Sieht nach einer Schussverletzung aus. Können Sie Ihre Beine bewegen? Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pick-up? Ja. Natürlich schaffe ich es bis zum Pick-up. Wie könnte ich es mit ihr nicht bis zum Pick-up schaffen? Ich bin total schwach, gehe ganz langsam. Aber ich kann hüpfen. Ich stehe auf kantige Mädchen. Hä? 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 Jawohl. Kim hier. Hörst du mich? Du durchsuchst alle Kaminen? Ja, Captain Picard. Habt ihr gehört? Das war Captain Picard. Schnell raus. Do not. Privatentor. Hoch. Autzen. Mein Gott. Wie toll sie mich begleitet. Ich bin zu schwach zum Laufen. Tatatatatata. Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Hier, bitte. Wer ist da? Mein Kopf. Oh, jetzt ist es kalt. Oh nein. Das ist aber nicht nett. Und nun? Äh. Ich krügel dich tot. Ah. Okay. Jetzt geht's rund, Freunde. Oh. Oh. Gibt's sogar Action-Musik. Oh nein. Alter ist tot. Hey. Komm raus da. Haha. Aktion. Aha. Eine Kalasch. Ach guck mal. Das ist ja wie bei... Oh. Kann ich mich auch bücken? Oh. Ich bin ja wieder sehr zielsicher. Push. Janet ist leider tot. Danger. Sharks everywhere. Was ist denn hier die Aktionstaste? Hm. Hm. Tja. Vielleicht müssen wir auch woanders lang. Ich weiß es noch nicht genau. Hier rüber. Zieh. Also nehmen wir am besten sowas. Klick, klick, klick. Haha. Yes. Oh. Oh. Wo kann ich mich denn aufladen? Ich hab nur noch 22 Lebenspunkte. Was wollen die überhaupt von mir? Scheiße. Schnell weghüpfen. Puh. 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 Lasst ihn diesmal nicht verpüßen. Tötet ihn. Nichts da. Ah. Oh. Ein wenigstens. Ach, Schlüsse. Schließfachschlüsse. Oh ne, ich will den nicht tragen. Weg damit. Weg damit. Oh. 13 wurde getötet. Ruhe in Frieden. Erneut versuchen natürlich. Ach, hier muss ich wieder anfangen. Oh. Das ist das denn. Jawohl. Okay, dann stell ich mich jetzt mal ein bisschen geschickter an. Baby, gib mir deinen Schlüssel. Wo ist er denn jetzt? Wo ist denn jetzt plötzlich der Schlüssel? Eben hatten wir den doch noch. Ach, scheiße, Leute. Ich hab... Ja, genau. Mach mal das Fenster kaputt. Ah. Mediparkt was im Inventar. Wo ist denn das Inventar? Zurück zum Spiel. Pass mal auf. Ich guck mal grad auf die Steuerung. Schussoption, Bewegungsoption. Okay. Runterkriechen ist C. Oh mein Gott, wie altmodisch. Rennen gehen ist Shift, ist klar. Das ist auch klar. Vorwärts, rückwärts. Shift. Kriechen. Okay. Clap, Clap. Sichtoption, Schussoption. Nachladen ist R. Nächste Waffe. Blablabla. Sichtoption. Blick nach oben, unten, links, rechts. Sicht zentrieren, Ende, Maussicht. Blablabla. Weitere Option, Eingabe oder E. Inventar ist F. F. Alles klar. Chatteam, Schnellheilung. Schnellheilung ist entfernen. Oder Q. Dann machen wir doch Q. So. Okay, aber wo ist der Schlüssel? Gucken wir doch jetzt mal. Oh Mann, ich bin so eine Lusche. Jetzt hab ich mich geheilt. Du Hüttenschlüssel. Jetzt lauf ich an dem mal direkt vorbei. Okay. Nein. Oh. Der lässt sich da erschießen, der Doof. Hat der keine Waffe? Ja, super. Hätte also die anderen auch noch kaputt machen müssen. Tötet ihn! Mein Gott. Ja, komm schon. Ey. Komm, also mit dem Inventar komme ich noch nicht so ganz zurecht, ne? Jetzt aber, Freunde. Gib mir deinen Saft. Ich geb dir meinen. Nein. So was singen wir hier nicht. Aber die Musik ist stressig. Scheiße. Ihr habt Kanonen. Ich hab Fäuste. Ich möchte mich heilen, Mann. Ich möchte mich aber trotzdem noch ein bisschen heilen. Na komm, gehen wir einfach mal hier rein. Level abgeschlossen. Puh. Run, run. Autofahren. Tata-tata-tata-tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eben war es aber nur tatatatatata. New York. Möwen kreisen über der Freiheitsstatus. Verkehr herrscht wie immer. Schnell die Pistole in die Hose stecken. Und ins Handschuhfach legen, wo keiner nachguckt. Financial District, Midtown, New York City, Winslow Bank. Die Leute geben sich die Hand, sind zufrieden, haben ihre Finanzen im Griff. Ratatatatata. Gelangen Sie in den Tresorraum, schonen Sie das Bankpersonal. Okay, jetzt wird's spannend.